Ich bin der liebe EpiClaneday 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 Ja das wäre witzig aber wenn du mich nebenbei bannst dann wird das schwierig Echt so noa Du warst so glücklich dass du wieder gebannt wurdest Was selbst dafür? Alter, wie viele Scheiß? Ich war jetzt das letzte Mal was. Ja, ich steh die ganze Zeit hinter dir und werf dich mit Smokes. Hast du ein Hektar, so viele hast oder was? Daniel, Daniel. Ich kann nicht mal aufhören zu uns. Ach, das habt ihr ihr letztes Mal schon gemacht. Daniel. Soll ich dich töten? Nicht schießen. Ich höre schon, tschüss. Wir haben uns no-outs. Jungen kann mich gar nicht mehr sehen. Ich dachte, du hättest aus deinen Fehlern gelertet. Ich wär von unten jetzt. Aber in dem Fall muss ich dich leider gleich auch bannen, wenn ich aufhören gehe. Ja, warte, warte, warte. Dann kostet ihr alle wieder TS. Guckt mal, Leute. Guckt mal, äh, hier Board 5. Ja, bitte, bitte nicht Board 5 gewinnen. Ich will das Bild gleich noch sehen, wenn du mitzündest. Ja, ich geb mein Bestes. Ach, ist das immer noch der Stern? Nein. Easy. Ach, schade. Warum sollen wir dann gucken? Ich will auch gleich noch ein paar Bilder aufpacken. Sag dem bitte, ich will das auch haben. Wie kann man... Und easy win. Wagt dir mal, wie er das geschafft hat. Wie kann man bitte ein Hack auf eine Map bauen? Okay, 1, 2, 3 und... Hauptgewinn. Okay, dann... Hauptgewinn. Carlos ist halt einfach... Hauptgewinn. Der Carlos ist einfach sein Carlos. In der Materie von BF. Ach, scheiße. In der Materie. Wie kann jetzt den Hauptgewinn? Der Looper hat heute schon wieder zu viele Kekse gefressen. Alles, was man so machen kann mit der Materie, die man hat, kann er machen. Die ein, zwei Leute, die so irgendwelche No-Names in Brick 4 sind und den Pik-Wind-Shet lesen, die denken auch, ihr habt sie nicht mal alle. Na ja, das sind halt... Nur als wenn man diese Lo-See Itemchanger nutzen, oder? Ja, immer diese Lane-Days. Fuck. Ich will heilschreiben auf Bord 5. Mach dann! Warte, 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 dann lass mich auf Bord 5. Warte, ich räum grad schnell Bord 5 ab. Du kannst auch auf 5 machen, wir sind ja hier, ich glaub beim oberen... Okay, dann lass mich oben machen. Ich hab auch ein Bild, dass ich... ja, weil ich kann das nicht. Ja, aber dann geht das doch nicht, Pascal. Du müsst einfach auf dem nächsten Bord ne 88 schreiben. Oh, oh. Ja, okay. Ja, dann mach du, äh... ja. Mach Riesmann einfach. Boah, das ist... die Kante, Alter. Aus! Löser, Bobby! Aus! Oh, oh. Fuck! Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck! Wir werden von unten gesniped, ich darf nicht springen. Ich darf nicht furzen, aber ich tu's trotzdem. Ja, hier ist halt... Ach, wir springen hier als Sniper, Hilda, ist ja voll ekelhaft, Alter. Lol, hier ist ein Fehler, oder? Du warst ein Fehler! Ja, du warst ein Fehler! Wird das ein S, oder? Äh, ein S, S! Einer der Türme hier ist halt drei Blöcke oben. Zwei Blöcke. Mann, das ist... Wieso sind drei in meinem Team und einer in anderen? Ja, ich spiel ja nicht, also... Ah, okay, dann ist alles gut. Ich spiel auch nicht, ich spiel. Ich spiel auch nicht, ich spiel ja nicht, ich versuch nur Daniel zu töten. Ich versuch nur hier hochzukommen, das schaff ich auch. Ich glaub, das beim Versuch bleibt das aber auch. Wann schaffst du das noch, Lupa? Ja, ich bin ja oben. Ich muss hier runterspringen und komm wieder hoch. Mann, ich stehe jetzt heil mit dem Hakenkreuz. Das macht keinen Spaß, wenn er alleine in einem Team ist. Ey, Mann! Was wirst du schreiben, oder? Soll ich mit ihm spielen? Ich will hier unten noch grad schnell sieben spielen. Ja, geh mal zu ihm rüber und spiel mit ihm. Dame! Heil Sieg! Heil SS Sieg! Lange Kinder, Alter. Ah! Was? 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 Das ist kein Hund, den man getreten hat. Das hab ich auch versucht, damit zu meditieren. Äh, wie macht man das? Geh? Pech mit seiner Gehe. Äh... Aua! Ah! Warte, lass dich überraschen, Carlo. Ah, guck mal, da ist der Loopy, Baby. Ey, Mann! Ein Tamer! Nein! Er steht 14 zu 14, meine Damen und Herren. Aua! Und die ganze Zeit war Daniel alleine in seinem Team. Heil Sieg! Ey, äh, Luca, Komma! Der steht da Heil SS Sieg, Alter! Wort 5, Alter! Und Wort 9 ist immer noch so schön! Tja, was passiert, wenn die Entwickler ihr ein Spiel verlassen? Heil Hakenkreuz SS Sieg! Tja, also Bord 5, Bord 7 und Bord 9 immer zwei Abschnitte! Hehehehe! Hehehehe! Hey, auf Bord 7 kann man ja noch mehr machen, ne? Ja, ja. So rechts, links und oben. Das Traurige ist, dass nach so vielen Jahren immer noch die beliebte Sniper-Map diese hier ist. Also das ist kaum, außer Canyon Lane natürlich. Meiner nicht. Canyon Lane best halt. Ja, ne? Grausam ohne Spaß. Was denn jetzt? Canyon Lane? Canyon Lane? Canyon Lane? Das ist hell, absolut grausam. Das reicht's. Ratsstaute sogar wirklich. Also ich kenn nur Sky Dogs. Ja, Sky Dogs geht auch, aber die haben so Leid im Fernsehen und die sind scheiß Bug-Use. Echt so kack Bug-Use, ja. Scheiß. Oder Leute, die Hex-Use und komplett rum. Nee, du willst eigentlich immer noch, dass ich gegen dich spiele. Mit Pech. Ist ja egal. Dann darf ich einfach rumhüpfen. Ich hab einfach Legit gewonnen. Oder hab ich euch gewonnen? Wieso wurde der gekickt? Hä? Wer... Was ist das denn für ein Kind, Alter? Ja, dann kommt jetzt eben dann Mangomongo online. Jetzt reicht's. Ja, das... Lane, guck auf Bord 5, guck auf Bord 5. Ja, muss ich mir mal anschauen. Was ist das denn? Lest doch mal. Äh... Heil... Als er es zu sieht. Heil im Hakenkreuz aber. Jetzt hab ich's alles gesehen. Hahaha. Der Raum Heil ist doch ein Haken. Das Heil ist am Anfang schwierig zu lesen wegen dieser Scheiß, äh... Ja. Wegen diesem Abstand. Deswegen der Scheiß-Use. Ja. Junge. Hahaha. Junge, Alter. Ja, muss ich schon sagen. Ist ja ein schönes, gelungenes Bild, muss ich sagen. Als ob bei diesem ganzen Hakenkreuz bis jetzt nur 3 Wins kam. Bei mir kamen ja leider zu viele Wins, Mann. Bord 6 sieht noch scheppig aus, muss ich sagen. Hab ich mehr von euch erwartet. Bord 7 ist gleich fertig, boys. Jemand, jemand sabotiert gerade Bord 7 und macht aus dem ersten Hakenkreuz. Hahaha. Bord 7 bin ich gerade dabei. Ach ne, ach ne, das war das gar nicht. Das war... Ich dachte zuerst, das wäre das Heil Sieg hier. Das ist Bord 7. Bord 7 ist es jetzt mit den neuen Hakenkreuz. Haha. Ach Junge, Alter. Ihr seid so hobbylos. Ne, aber Bord 7... äh Bord 9 ist das schönste Bord von allen. Ja, das muss ich schon sagen. Ich hab Tränen in den Augen. Ich auch. Ich wurde gerade getreten von... ...noah. Ja, dann, ähm, bis zur nächsten brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrk-tastischen Folge. Aaaaaaaaaaahhhhhh. Denkt immer drin. Ich hab heute fast so gut wie Tizi. Ach ja, und vergesst bitte nicht euren Eltern diese Brickfoss-Folge hier zu zeigen, das ist, ähm... Mach ich. Ja. Das ist dann so, wenn ich dann irgendwann nur noch weit mehr im Zimmer liege, die fragen, was los ist, dann zeig ich denen einfach nur diese Fall. Ich würd' ja auch gern mitspielen, aber dann hab ich keine Coins mehr. Wozu brauchst du die Coins dann irgendwann später? Ja, für Folge 400 hätt' ich auch gern mal so viele. Es lässt sich noch ein, es lässt sich alles einrichten, du kommst hier auf den Account an und dann abfahrt. Ja, und los geht's, meine Damen und Herren. Das neue Let's Pick'n'Win. Let's win. Ja. Viele Folgen fehlen nicht mehr, deine Damen und Herren, tschüss. Es ist nur noch Win. Es ist nicht mehr Pick'n'Win, es ist Win und Pick. Ich glaub, wenn man halt neunt heißt, ich, äh, Millionen Tokens hat dann. Das heißt nicht mehr Pick'n'Win, das heißt Draw'n'Win. Ähm. Tschüss. Epic Clean Day. Ah. Ah. Verfrack'n, das war hoch, verke, verka ho. Doch. 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 Das war hoch, verke, verka ho. Ja, Schicke, Bricki, Bricki, Bricki. Ah. Ah. Michi, oh, ich krieg' keine Coins. Da ist er schon wieder. Ich kann schreien, ich bin allein zu Hause. Ah. Bin allein zu Hause. Ah!